Arche behindert. Ja. Ich wollte immer mal ausprobieren, wie das ist. Pass mal auf. Du hörst auf damit. Obwohl... Obwohl, das ist ja schlecht. Teller nehmen. Teller nehmen. Teller nehmen. Teller nehmen. Waffeln essen. Aufräumen. Waffeln essen. Er isst schon. Hier hat einer angefangen zu kochen. Dann wirst du weiter kochen. Und danach wirst du noch Käseplatte. Naja, geht nicht. War ja klar. Er hat Hunger. Wenn er Hunger hat, dann müssen wir natürlich was... Natürlich müssen wir was essen. Hm. Ich kann das da drunter stellen, oder was? Ey, was für ein Gack hier. Ne, lass mal hier. Guck mal, wir nehmen mal diese... diese komische... Wir haben doch irgendwie... Wir haben doch so eine... Pfff. 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 Ne Uhr auch noch. Pfff. Pfff. Alles verkaufen. Ja, natürlich. Alles verkaufen. Pfff. Dann nehme ich das da hier. Pfff. Pfff. Das stelle ich da her. Das stelle ich da her. Das stelle ich da her. Pfff. Das stelle ich da hin. Und ähm... Das stelle ich da hin. Egal. Und, dann werde ich noch was machen. Pass mal auf. Irgendwo war das. Ich habe mir einen neuen Mod runtergeladen. Und irgendwo ist das. Irgendwo ist der. Dieser komische Teddybär. Wenn ich ihn überhaupt installiert habe. Habe ich den nicht installiert? Oder unter Debug? Ich bin mir nicht ganz sicher. Oder habe ich den auf dem anderen Rechner installiert? Ich bin mir nicht ganz sicher gerade. Das wäre natürlich nicht schlecht, ne? Wenn ich den hätte. Mumifizierter Bär. Dreckbär. Ne, habe ich nicht installiert, so wie es aussieht. Ne, habe ich nicht installiert. Sowas aber auch. Oder? Da habe ich das. Da ist das drin alles. Dann haben wir das da drin. Da ist der Schrott drin. Da ist nochmal das Schweinchen. Ja. Dann haben wir das hier nochmal. Hier Pflanzen. Aber das kann der die Bär bei. Hallo. Bilder und Poster. Wallriding. Dazu kommen wir später noch. Ja, da sind wir alles noch. Das ist alles kein Thema. Ne, Teppiche waren es nicht. Hier, komische Dinger auf dem Dach. Hier, eine Satzschüssel. Skulpturen. Vielleicht ohne Skulpturen? Ne. Verschiedenes Deko. Sieht nicht so aus, als wenn ich es installiert hätte. Da ist so eine komische Sammelfigur. Ah ja, ich habe gerade so eine Lampe. Nein, ist nicht installiert. Schade. Ich würde es auch so gerne. Ich mache jetzt erstmal. Ich mache jetzt erstmal einen Speicherpunkt. Und dann sieht man sich gleich wieder. Bis gleich. So, hallo zusammen. Wieder zurück bei den Hache-Faschisten im Bootycamp. Und ich gehe mal wieder in Normalmodus. Und er ist am Fressen. Der NRA Story Progress Mode ist auch wieder da. Hier ist er nämlich. Dexter the Bear. Und wir werden nehmen. Wir nehmen mal. Gehen wir hier hin. So, wen haben wir denn hier? Ah, wenn der Schleifer. Wo kommt denn er plötzlich her? Das geht mal gar nicht. Du wirst hier oben Dusche nehmen. Nicht die Lampe. Wir können doch nicht mit der Lampe duschen. Duschen. Und, ähm, Moment. Wir brauchen ein Opfer. Wir brauchen ein Opfer. Dexter the Bear. Und, äh, wen nehmen wir? Ich würde mal sagen, äh, niemand von der Familie. Ich nehme mir einfach ein Opfer von hier. Ja, ich will einfach nur mal testen, ob das funktioniert. Ich glaube aber nicht, dass um 23.49 Uhr noch irgendwelche Arschlappen unterwegs sind. Man kann sich natürlich auch irren. Ist klar. Ich möchte Erwin dafür eigentlich nicht benutzen, weil wenn Erwin dafür drauf geht, das würde mir leid tun. Oh. Mal gucken. Mal gucken. Nee, da haben wir nichts angerichtet. Das ist die Schule. Wo war denn das jetzt? War das das Teil hier? Ja, hier war es. Und er ist immer noch hier. Hierhin teleportieren und Pause aufheben. Er hat sich aus dem Staub gemacht und, ähm, naja. Äh, Barsch begrüßen. Ich brauche, äh, kämpfen, ein Feind von Potenzia werden, du Arschloch, du. Ich habe keine Ahnung, wie es funktioniert. Äh, Spezial, Feigling, Angst vor Dunkelheit ausdrücken, war ja klar. Gemein, beleidigen, streiten, kämpfen, schlagen, kämpfen. Mal gucken, wie er ist. Ich glaube, wie er ist. Hier ist alles im Kopf. Ja. Ich glaube das nicht. Wir kämpfen wie die Mädchen und er hat verloren. Gruppe gründen freundlich, romantisch, ändere als lustig, gemein. Kämpfen, schlagen. Umgebung untersuchen. Feind. Toll. Master Controller ist klar. Freundlich. Tratschen. Angst vor Dunkelheit. Beschämung auszicken. Geruhigung in Erinnerung schwelgen. Weißt du noch, wo ich jetzt aus dem Maul gehauen hab? Romantisch. Nach Neigung. Grimassen schneiden. Kämpfen. Anbrüllen. Lebenszeitbelung anschauen. Ich weiß, du kannst es nicht kaufen, aber vielleicht, äh, Luftkissenbett. Vielleicht gibt's was. Wie der Jungtrank. Lunggutschein. Aber da drin kann es nicht sein. Könntest du vielleicht aufhören damit? Ne. Gavuna. Gavuna. Siwa. Es muss doch ne Möglichkeit geben hier. Romantisch. In Raas bräunet. Lustig. Kämpfen. Schlafen. Brüllen. Kämpfen. 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 Und natürlich wieder ließen. Beleidigen. Oh, er hat verloren. Äh, das ist so mit einer Minute, so mit einer Dienst. Oh, wikusa. Äh, ja, ich hab den Bären. 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 Eigenschaft für aktiven Zimmändern. Wir machen mal, pass mal auf, statt, äh, Geistesabwesen mach ich mal Böse. Vielleicht liegt's ja daran. Ich weiß es nicht. Oh, Kubu Banuki. Gemein. Verängstigen. Beleidigen. Nein. Verängstigen. Das ruckelt gerade ein bisschen. Äh, kämpfen, äh, anbrüllen, schlagen, schlagen. Freundlich. Kämpfen. Gemein. Kämpfen. Schlagen. Kämpfen. Anbrüllen. Lustig. Super nach. Romantisch. Spezial. Böse. Schlagen. Genialer Plan. Hoppala. Ein genialer Plan. Anbrüllen. Brauchen. Schauen. Was? Habt. Ge-be-be-be-be-be-be-be-be-be-be-be-be-be-be-be-be-be-be-be-be-be-be. Schlafen! Lass mich doch nicht von dir herrschreie! Du kriegst erstmal ein Ratschen von mir! Neigung erkunden, Spezialböse, Kämpfen, Schlagen... Toll, danke! Gruppe gründen, Potenzie geht nach Hause, das glaub ich jetzt nicht! Äh, Nibelord! Ui, es kommt rein, mach die ne Huse voll! Kämpfen, Schlagen... Freundschaftlich begrüßen, was wollen die alle hier drin? Starr begrüßen, das ist ein Starr, ein grauer Starr wahrscheinlich! Zwerg Eumel! Das ist der Heinzi, oder? Heinzi Afterduft! Manubi! Äh, das ist schön für dich, das gefällt mir, ja... Fähigkeit... Ja, wenn ich, äh, wenn man da jetzt noch was machen könnte mit den Bären... Dächster der Bär muss im Inventar sein! Dann kann man jemanden... Aber offensichtlich nicht! Schade! Man kann ihn töten! Naja, könnte man! Rein theoretisch! Müsste man können! Nein! Gruppe gründen... Ne, mit dir Arsch, dann will ich keine Gruppe gründen! Spezial, Feigling, Böse... Kämpfen! Wir sind so am Arsch im Moment grad! Ich kämpfe mir doch mal wie Mädchen! Wui, Bonner hat schon wieder eine dieser Launen! Er könnte rebellischer als gewöhnlich sein! Ja, du kannst nur leider nicht gehen! Ich könnte natürlich nachhelfen, ist klar! Äh, wo sind wir eigentlich dahoam? Äh, weißt du was? Machen wir es so! Ah, ja! Sieht ihr gar nicht! Barbner! Äh...